Wir sind wieder hier bei Woody Woodpecker im zweiten Level und wir haben eine Waffe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und wir sind tot. Aber das macht nichts. Huch, wir gehen in den Baum rein. Wir töten Bienen mit einer Fischtule. Hoppala. Der ist ja toll, dude. Ich habe euch ja letztens erzählt, dass ich das im Urlaub gespielt habe, aber da kommen mir jetzt die Frage. Wie konnte ich denn überhaupt was erkennen auf dem Bildschirm des Game Boys? Auf meinem türkisen Game Boy. Stylish. Den habt ihr ja auch schon mal gesehen, glaube ich, in einem meiner Videos. Das ist auch böse, dem seine Geschosse fallen durch den Boden. Oh, hallo? Fallen durch den Boden durch, aber wir sind besser als er. Deswegen ist er jetzt tot. Und zabam. Tot. Holen wir uns mal wieder was Neues zum Ballern. Aha. Das geht zu weit. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das Level ist hier auch schon wieder vorbei. So ziemlich. Also es ist nicht immer ein rotes Telefon, es ist auch schon mal ein Pfeil, der anzeigt, dass das Level da zu Ende ist. Ja, hier ist das Passwort. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Schaut meine Super Mario Videos oder so. Oder andere Videos, was ihr immer ihr wollt. Oder macht am besten den PC aus. Und wenn das Wetter schön ist, geht ihr raus und trefft euch mit Freunden oder so. Ne? So. 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 So.